Es ist nur einer. Achso, das muss nicht heißen, dass das in Reihenfolge ist. Oder doch? Ne, direkt Sackgasse. Okay, links. Rechts Sackgasse. Links, links. Rechts. Ja, jetzt die Frage. Welcher ist richtig? Der Leberhebel, wo bist du bloß? Nice, ja, klasse. Ach, da liegt er. Aber einfach zusammengelötet. Machen wir ganz einfach. Ja, Sackgasse schon wieder, das war ja klar. Okay, links. Ne, rechts war Sackgasse. Also links, links. Rechts. Äh, links. Ja, verdammt. Links, links, rechts. 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 So. Hier wären wir nun also. Ich suche gerade noch Sieglerheilerinnen, aber ich verlobe, hier sind keine. Mit drinnen das Verlies des Schlosses da so klein. Alter, was ist denn das für ein Verlies, ey? Was? Die Ruden können sich nicht bewegen, aber die da rumliegenden Ruden lassen sich bewegen. Handschellen. Alter. Okay. Was ist das ein Stein? Ein Rundstein, natürlich. Können wir zum Flächen von Seilen benutzen. Na, Flächen mal. So. Bruno? Hallo? Achso, wir müssen noch was. Hinturch packen. Ja, natürlich ist das ein bisschen was. Okay. Haben wir noch ein Sieglerheiler in mir? Da, vor der Nase. Sehr gut. Okay. Heiße Lava drin, wie vor dem Käfig. Das gibt keinen anderen Weg. Da können wir nicht hier. Irgendwas müssen wir noch durch die Schlaufe kriegen, aber was? Der letzte Bruder, da fehlt dann noch einer. Wir werden jetzt auch nicht irren. Ah ne, okay. Ja, 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 ja. Können wir mit dem Stein das Schloss abschlagen? Nein, natürlich nicht. Nee. Hier hat noch irgendwas gefehlt. Das ist alles nicht hilfreich. Oh, meine Aufgabe im Verlies, ja, aber eine Art Runenmagie, aber ich kann die Runen hier nicht bewegen. Aber die da rumliegen und Runen lassen sich bewegen. Nein, tun sie nicht. Da komme ich nicht hoch, mir kann ich nichts machen. Achso. Ja, siehste. Seil aufs Spindenseite. So. Und bleibs. Skill-Shot. So, zwölf Runen. Ah, das sollten wir hinkriegen. So. Zehn. Zwei müssen wir noch finden. Du bist keiner. Da liegt noch ein Schlüssel. Zwei Schlüssel. Drei. Ach, für liebe Zeit. Äh, okay. Und schon ist die ganze Euphorie weg. Runen, Runen, Runen. Ich suche gerade das Bild nach unten ab. Aber... Das war's schon wieder. Ich seh' keiner mehr. Ich seh' keiner mehr. Ah, da ist noch einer. Dann aber keiner. Da noch. Nein. Ach, verdammt. Da hinten. So. Zwölf Runen. Ja. Ich ahne es. War ja klar. Ordre die Runen an, sodass verbundene Runen ein gemeinsames Symbol haben. Was? Was? Ah. Okay. Ach, du liebe Zeit. Hm. Ah, die kann man jetzt frei tauschen. Gut. So's tauschen. Ja. Die sind aber nicht verbunden. Aha. Okay. Ja. Die sind aber nicht verbunden. Aha. Ich glaub' wir sollten uns von der Mitte aus her bauen. Das ganze. Gemeinsames Symbol. Hm. Hm. Ich hasse solche Minigames. So, bin ich gleich mit dem. Ich probier das jetzt einfach mal. Du weißt. Jetzt sind die wieder nicht gleich. Boah. So. Nein. Hm. Jetzt hab' ich die zwei verbunden. Ganz toll. So. Oh. Oh. Nein. Alles doch scheiße. Hätten wir das. Oh. Dann passt das wieder nicht. Hm. Wenn ich die zwei tausche, ist egal. Nein. Auch nicht. So. Nein. Nein. Ah. Das ist fies. Deutsche Rechtsfluss sind immer scheiße. Ich hab' jetzt alles schon durchgetauscht. Der lässt mich da nicht. Nö. 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 Ich will's nicht überspringen. Hm. Ja. Du Blitz. ich müsste also dahin machen. Dann passt das wieder nicht. Oh. Was das wieder nicht? Oh. 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 Nö. In beide Richtungen geht's ja gar nicht. Doch. Ne. Ok. Dann. Wollen wir's mal so rum? Der Blitz da rüber. So. Es geht doch in beide Richtungen. Verdammt. Ah. Der hat ein. Aha. Jetzt kapier ich das ganze Rätsen. Aha. Okay. ich bräuchte einen mit einem punkt oder ja so jetzt passt das aber nicht mehr ich vermute mal dass die zwischendrin auch verbunden sein müssen aber das geht nicht mehr auch nicht weil wir einen punkt darauf brauchen mit punkte weil wir insgesamt nur drei das geht nicht bringt auch nichts jetzt verbunden aber dann fällt dieser kleine verbindung hier zwischendrin doch würde gehen so jetzt fehlt mir hier ein als brosch wieder einer mit dem punkt und noch sieben drauf oder so ähnlich wie fies ja ich will diese verbindung hier scheiße auch nur eins von beiden so nicht weil der punkt fehlt hat er wieder keine verbindung das ist gemein so ich muss mal so lassen ein wappen das blockiert seine kehle ist höllischer ist natürlich nicht raus oder können wir nein ok wenn ich sie berühre ja gut ok wir hatten ja noch den ritter mit einem schild und dann brauchen ein speer können wir damit das zweck aus dem aus dem maul des viehs hier raus krempeln ja ah dann läuft die lava ab ok jetzt läuft die lava hier raus und jetzt ah jetzt komm ich rein hier wurde ein flugzauber ausgesprochen ja super die brauche ich mal ganz kurz und runter damit pow so das war doch zu erwarten ok es war zu erwarten dass das jetzt kommt nachdem wir schon so viele schlüssel von hier gesehen haben musste das ja so laufen so elf schlüssel haben wir jetzt fällt wieder da es ist immer das obligatorische letzte teil an des welmelbildes aber es geht so schlüsselboden wir wissen natürlich sofort welchen schlüssel es ist und befreien den dritten der vier brüder hey hey thanks for getting me out of the lady I'll wait for you by the campfire ok eine weitere goldene feder und wir lösen ein weiteres geheimnis des missus die der könig dazu verzapft hat das first turn my son send the swans and my daughter mute with by last breath i pass the spell